Martin, wir stehen hier in St. Tomer Open in France. Du kamst von einem Winn in Cairnton Open. Was ist die Unterschiede jetzt als vorher, wenn du nicht der Winner war? Und ich bin fest davon überzeugt, dass es positive Auswirkungen haben wird. Okay, und was denkst du über die Chancen für diese Woche? Ich glaube, dass die Chancen gut sind. Ich meine, es ist ein ganz anderer Platz. Es ist recht viel Wind. Und deswegen wird es nicht anders spielen als in Cairnton. Aber es fängt alles von Null an. Und ich hoffe, dass ich vorhin mitmischen kann. Okay, guten Glück diese Woche. Dankeschön.